Gesandt, was er dann den Ball hält und da ist die erste Chance der Partie für Lausanne. Suzuki scheitert am Blitzreflex von Lawrence Atisigi. Der Ball kommt, Atisigi ist zur Stelle und der Ball ist trotzdem drin. 3-2 ins Lausanne. Suzuki stellt den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Zum Beispiel er, Suzuki, Klasse lanciert und Lausanne führt wieder. Toichi, Suzuki mit dem Doppelpack, siebter Treffer in diesem Spiel. Es ist ein offener Schlagabtauschen mittlerweile.